Stellen Sie sich vor, Sie sind im Wald. Die Sonne scheint durch die Blätter. Die Bäume wiegen sich im Wind. Sie rauschen mit dem Fahrrad durch die wilde Natur. Oder Sie schneiden mit dem Kajak durch die Bogen eines reißenden Flusses. Sie wandern über verschlungene Pfade durch die unberührte Landschaft. Sie genießen ein gutes Essen, gehen aufs Volksfest, relaxen, hören Musik und feiern. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie erreichen das alles ganz entspannt mit der Waldbahn. Die Waldbahn Jetzt auch von Gottes Zell nach Fichtach